Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ochi Zockt. Ein bisschen retro mit dem Robert. Hallo. Und weiter geht's mit Super Mario Bros. 1 Resume. Einmal einen Safe State machen. Just in case. Wird bestimmt nicht nötig sein. Ach. Und wir starten mit Welt 7. Das hat ja bisher auch die ganze Zeit beim ersten Mal geklappt. Ja. Also wenn wir es richtig zusammengeschnitten haben, dann ja. Oh Gott, das ist so gefährlich. Ja, das ist saugefährlich. Und da ist der Pilz. Nee, der hüpft auf mich drauf. Wow. Also manchmal habe ich Situationen, wo ich denke, die sind gar nicht möglich. Zum Beispiel habe ich einen Pilz aufgenommen, als ich gerade unter so einer Kugel stand. Ah, das sind die Bugs. Ah, die Bugs. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie habe ich das denn überlebt, Mann? Unfassbar. Du weißt auch, die Kanonen schießen nicht auf dich, wenn du direkt dein Leben stehst. Ja, ja, ja. Das weiß ich. Das ist so eine kleine Safe Zone dann. Das ist ganz gut. Ja, wie mit den Pflanzen, ne? Ja. Zumindest bei den... War das bei den roten auch so? Oder war das bei den roten Pflanzen so, dass die trotzdem rauskommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Da gab es die auch erst in einem nächsten Teil. Wow, der hat mich fast getroffen. Es gab auf jeden Fall so einen Unterschied, aber ich weiß nie, ob das jetzt bei dem ersten Mario auch schon so war. Ich bin mir auch gerade unsicher. Ich glaube, die roten gab es... Ne, die roten schießen. Die roten schießen die Feuerwelle. Ach, die Feuerdinger. Das gibt es auch noch. Richtig. Boah, ey. Wie habe ich das getan? Unfassbar. Schön. Bist du durch? Ja. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich glaube, ich war auch schon kurz vor dem Ende. Und dann war es zu Ende. Oh nein. Ich habe schon wieder was mit Wasser gesehen. Lerne aus deinen Fehlern. Nur so ein Tipp. Ja, dann machen wir es anders. Mal so. Wie auch einfach das Blau im Hintergrund total anders aussieht auf dem Screen hier. Wow. Ich frage mich gerade, was eigentlich das akkuratere Blau ist. Aber das müssen wir uns dann angucken. Ich will dich jetzt gar nicht zu sehr ablenken. Nur ein bisschen. Ja, du kannst ja auch im Emulator verschiedene Farbsets einstellen. Ja, das hast du mir gezeigt. Das macht auch einen großen Unterschied. Ja. Und ich glaube, dass das, was ich jetzt im Moment eingestellt habe, das ist, an das ich mich auch erinnere von damals. So habe ich es früher wahrgenommen. Dieses hier blasse Blau. Du musst hier mal gucken. Ja gut, musst du gleich mal gucken, wenn das Spiel wieder läuft. Da sieht es so ein bisschen lila aus. Aber ich glaube, das ist gar nicht so akkurat. Ja, sorry, das ist das, was ich meinte. Genau. Dieses leicht lila Farben, ne? Ja. Ach, jetzt habe ich den Pilz vergessen. Auf dem, na gut, seht ihr jetzt natürlich nicht. Auf dem TV sieht das gerade noch so ein bisschen blauer aus. Ja. Ich finde so, dass dein Fernseher eine etwas andere Farbeinstellung hat als meiner zu Hause. Ja, da kann man auch jede Menge Sachen einstellen. Ich glaube, er ist auch nicht sonderlich gut. Eingestellt. Hier die Computermonitore und auch die Aufnahme-Hardware, da habe ich ziemlich darauf geachtet, dass die, ja, kalibriert sind. Mhm. Von daher, das, was da angezeigt wird, da würde ich mich mehr drauf verlassen als auf dem Fernseher. Ja. Ja, sozusagen. Ja. Ne, weil ich weiß nämlich, das, was ich konfiguriert habe an Farben, ist das, woran ich mich erinnert habe. Mhm. Also, oder was ich aus meiner Erinnerung kenne. Ja, ich muss recht, was mit dem Fernseher machen eigentlich. Das Setup ist okay und den Monitor müsste man jetzt, würde ich jetzt in meiner wäre anders einstellen ein bisschen, aber okay. Das ist auch oft der Unterschied, ob du jetzt irgendwie den Standardmodus hast, den Kinomodus, den Game-Mode und was es nicht noch alles gibt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Standardmäßig sind da sowieso Sachen eingestellt, da, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was da eigentlich an Eingangssignal reinkommt. Ja. Ich habe da ja schon einige Sachen auch ausgeschaltet, aber da sind trotzdem noch Sachen aktiviert, die ich gern anders hätte. Wenn zum Beispiel, das sieht man manchmal in meinen Spielen, wenn ich Facecam habe, ähm, und das Spiel gerade irgendwie schwarz wird, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Szenenwechsel ist oder so. Und nur die Facecam zu sehen ist, dann wird die wesentlich dunkler angezeigt, als wenn dann das Spiel wieder hell wird. Ja, okay. Scheinbar ist das so eine adaptive Helligkeitsregelung irgendwas. Mhm. Mag ich eigentlich nicht so sonderlich gern. Dann soll er besser die ganze Zeit das in einer Helligkeitsstufe anzeigen. Könnte dann natürlich dazu führen, dass das Schwarz nicht so schwarz ist oder so. Ja. Wenn dann halt ein schwarzer Screen angezeigt wird. Naja, ich muss mal damit rumspielen. Und dann hat man noch das Problem, dass die verschiedenen HDMI-Eingänge auch noch separate Einstellungen haben und so weiter. Ist auch egal. Ist kein leichtes Thema. Nein, nein, nein. Lassen wir das. Kann aber auch aus allen Wissenschaften machen. Natürlich. Lassen wir das. So, ich habe mich jetzt überhaupt nicht konzentriert hier. Hast du aber geschafft. Und es funktioniert, siehst du. Man darf einfach nicht zu viel nachdenken. Einfach machen, ne? Einfach machen, einfach machen. Wir sind die Macher. Speichern. Und? Oh ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier werden verschiedene Settings, die wir schon so gesehen haben und auch verschiedene Mechaniken, irgendwie so ein bisschen zusammengeworfen in diesem Level. Ja. In dieser Welt. Es gibt Wasser. Es gibt die fliegenden Fische. Ah, der. Was? 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 Ah. Ja, ja. Die Bomben und so weiter. Das war doof. Das war nicht so gut zumindest. Jetzt haben wir hier auch Fische und die komischen Kröten. Oh mein Gott. Gleichzeitig. Oh, ich bin durch. Du bist schon durch? Ja. Ah, ich glaube ich auch. Ja, ich auch. Ich weiß, es gab vor irgendeiner Flagge, gab es auch noch so einen unsichtbaren Block mit Münzen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo das war, aber egal. Ist jetzt nicht so nötig. Ja. Ich meine, früher hätte man da mehr drauf gucken sollen, natürlich wegen den One-Ups. So, dann sind wir schon wieder. Das wird eine kurze Folge, glaube ich. Ach, sag nicht zu laut. Die Acht ist schlimm, ja. Das ist richtig. Ich sag oben, unten, oben. Oben, unten, unten. Ah, es ist auch noch Mitte. Oh. Oder war das oben, Mitte? Oben, Mitte, unten oder so? Warte mal, ich geh mal oben. Oh, nee, warte mal, das ist wieder falsch. Vielleicht kann ich dich informieren. Ah, da kam kein Geräusch. Nee, ah, oben ist irgendwie erstmal nicht richtig. Unten. Unten, oben. Okay, mit unten anfangen. Unten, Mitte, oben ist es wahrscheinlich. Mitte, ja. Unten, Mitte, oben. Ja, 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 richtig, richtig. Unten, Mitte, oben. Und dann im nächsten Abschnitt oben. Und nochmal oben. Und dann nicht oben, aha. Ich bin verwirrt. Raus, müssen wir mal anfangen. Okay, oben. Oben, unten war es nicht. Es kommen mehrere so Abschnitte, mit denen, ja. Was ich entscheiden muss. Okay, dann oben, Mitte. Zweiter Abschnitt. Machen wir mal Mitte. Shit. Ah, wie war das jetzt? Oben, Mitte. Moment, da kommt noch was Neues. Nein, was? Voll ist die Zeit, alle. Oh. Also, oben. Also, oben. Mitte. Ja. Dann oben. Ja. Puh. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Ich musste mich gerade hart ein bisschen konzentrieren. Aber man muss ja auch nicht permanent euch zuschwallen. Yeah. Ja. Uiuiui. So. Also nochmal. Ich gehe nach unten. In die Mitte. Ja. Nach oben. Ja. Genau. Jetzt kommt dieser Abschnitt. Und dann war es, glaube ich, oben, Mitte, oben. Probier es mal aus. Oh, ich bin ein bisschen zu spät pausiert. Egal. Ja, probier mal. Ich bin eben da unten gegangen. Da war es dann. Ja. Geht weiter. Genau. Perfekt. Gleich kommt Feuer. Achtung. Ja, das geht immer noch. Die fliegen so komisch, die Flammen. Irgendwie genau falsch rum, habe ich das Gefühl. Oh, schade. Oh, schade. Bei mir hat er nur einen Hammer geworfen. Das war ein bisschen. Okay. Fand ich gut. Fand ich echt lieb von ihm. Äh. Oh. Macht dir vielleicht ein Safe-State, wenn du hier durch diese Abschnitte bist. Ich glaube aber auch. Dann dauert es wieder ewig. Also. Egal. Dann war es die Mitte. Mhm. Und nach oben. Genau. Richtig. Das, da war es eigentlich schon im Sprite drin, muss man schon sagen. Boah, wie fies. Ich hätte drunter durchlaufen können. Ja, der ist einfach genau gleichzeitig mit dir gesprungen. Machst nix. Nee, ist okay. Ihr wollt es ja auch beendet haben. Eigentlich kann man sich Zeit lassen. Der blöde Feuerball. Wie fies. Unfassbar. So richtig schön Zeit gelassen. Ja, ja. Alles gut. Ach, ja. Na dann. Jetzt kommt die finale Welt. Yeah. Und die wird schlimm. Das weiß ich noch. Oh Gott, war nicht schlimm. Ah, toll. Ich habe Angst. Und weiter geht's. Weiter geht's. Speicherpunkt. Und go. Erst mal kein. Ach doch, es gibt noch Goombas. Ich dachte gerade, wir haben jetzt überall nur noch diese. Ähm. Wie heißen die Käfer da? Ich weiß es nicht. Aber sag mal, war das nicht so, dass. Wenn man am Ende angekommen ist. Ach, weißt du was? Wir lassen uns überraschen. Was passiert, wenn wir am Ende angekommen sind. Das war ja sowas von dämlich jetzt. Ach, ich will da gar nicht mutmaßen. Ja, was ist denn los? Sag mal. Hör mir doch auf. Was? Bitte was? Das müssen wir uns nachher nochmal auf Video angucken. Hast du einen Bug gefunden? Nein, ich glaube, das ist... Ich hätte nicht gedacht, dass das sich so verhält. Okay. Das war komisch. Ach so, vielleicht soll ich raten, was du gemacht hast. Ich habe nicht hingeguckt, offensichtlich. Ähm. Was versucht, über die Lücken zu laufen? Ja, aber ich habe von mir einen Panzer hergeschoben. Und der ist in die Lücke gefallen. Also? Und dann bin ich dagegen gelaufen. Ähm. Oh, shit. Verstehe, verstehe. Und der hat dich dann getötet, oder was? Ja. Krass. Ich probiere mal rüber zu laufen. Ah, das funktioniert. Interessant. Aha. Das geht. Das ist schon mal gut. Das finde ich gut. Das macht es ja alles ein bisschen einfacher. Bitte, gib mir einen Pilz. Stern, okay. Oha. Bäh. Was war das denn? Oh, nein. Oh, shit. Na, hier kommen ja auch später die fiesen Sprungpassagen, ne? Wo du dann eine Riesenlücke hast, aber auf einem Block landen musst. Oh mein Gott, ja. Und auf dem dann wieder Anlauf nehmen musst. Ah ja, genau. Das war hier. I am not looking forward to it. So. Kann ich vielleicht? Jaha. Oh, ist das die finale Treppe? Alter. Ist das eine Fake-Treppe? Oh mein Gott. Ich hab's grad kurz gesehen bei dir. Ich bin durch. Okay. Ja, sehr gut. Die wurden nicht getötet, aber der kam zurück. Das geht gar nicht. Physik-Engine kaputt. Was soll das? Nödes Spiel, ne? Ja. Nödes Spiel. Bugware. Ja. Sollten wir ihr Physik-Updaten oder so. Keine Ahnung. Irgendwas stimmt da nicht. Gut, ich mein, ich kann den auch sein lassen. Ja, One-Up. Sehr geil. Ah, das geht hier also auch. Tatsache. Wir haben's alle gesehen. So. Hier, ich üb schon mal ein bisschen. Wischen den hin und her zu springen. Ja, komm gleich. Mach einfach weiter. Oh mein Gott. Komm gleich. Schön. Oh, die Zeit läuft ab. Mhm. Jetzt läuft's schneller. Oh, dieser Button ist so praktisch zum Speichern. Du musst ja auch einen Shortcut machen. Egal. Hauptsache geschafft. Ja. Ich könnte theoretisch auch. Mach lieber weiter. Ist auch egal. Ja. Mach ich. Ich glaube, ich würde daran nichts ändern, weil du musst bedenken, die Konfiguration des Controllers, die gilt ja für alle. Ja, ja. Ja, ja. Das ist richtig. Also gut, du kannst, das ist ja das Schöne hier, du kannst ja auch pro Core oder sogar pro Spiel da, ähm, noch Variationen einbauen. Das ist auch so eine Sache. Das geht alles, ne? Wir müssten eigentlich mal, ich müsste dir, ja Ochizockt müsste dir eine Bühne bieten, damit du mal irgendwie eine Stunde lang oder so über deine Retro-Arc-Config reden kannst. Ja. Ich glaube da, ja, da hast du einiges zu erzählen. Shit. Die ist ja schon advanced ein bisschen. Und höchst elegant. Ja. Das ist richtig. Wir haben schon überlegt, ob wir bei der Gamescom, die bald anfängt, ob wir da einen Stand machen oder einen Vortrag einreichen. Retro-Arc-Config heute. Oder wir machen ein Magazin mit diesem Namen. Oh Gott. Wir können auch ein Retro-Arc-Lifestyle-Magazin machen. Ja. Ein Blog. Ja. Nein. Ach, scheiße. Wo wir mit bekannten Größen aus der Retro-Szene sprechen. Oder aus der Config-Szene. Aus der Config-Szene. Alter, das lieb. Config-Enthusiasten und Fanatiker. Oh. Oh, shit, ey. So. Ach, komm, schau. Oh mein Gott, was ist das denn? Wie löst man das? Ähm, ich hätte da so eine Idee. Aber ich probiere es mal so. Nein, so funktioniert es nicht. Gleich. Oh, Leute. Boah, solche Stellen, die können einem, also in dem Original-Game, wenn man keine Safe-States hat, die können einem alle Leben fressen einfach. Da wird man irgendwann so nervös, wenn man es nicht schafft. Wenn man die Leben fressen, das ist... Ah, so macht man sich. Ja, das hat man auch sehr lange gebraucht früher, um dieses Spiel wirklich mal durchzuspielen. Komplett. Nein, ich hätte speichern. So. Jetzt aber so speichern. Ich lasse jetzt die Münzen da, die vier. Ja, nicht zu gierig werden. Die Gier... Oh, er hat den Robert oben gebracht. Oh mein Gott. Oh, okay. Äh. Wow. Kann man vielleicht... Wir stoppen den. Das ist in der Tat ein langes... Was sind das denn für komische Popel da im Hintergrund? Musste ich... Die schalten wir ab, indem wir einfach weitergehen. Äh. 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 Oh mein Gott. Und... Gebe ihm. Jawohl. Gerade eben noch so. Wow. Und ich dachte, das Ding schießt nicht. Yeah. Gibt's hier keinen... Nee, gibt's nicht. Ja, ganz schön. Oh. Wow. 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 Soll ich dir sagen, wie? Also probier's so. Wenn du magst. Ich muss das anders machen, sonst bin ich runtergefallen. Über beide Anlauf nehmen? Vom linken aus Anlauf. Wir machen Speicherpunkt, genau. Probier's mal so. Genau. Das hab ich auch getan. Ich glaube, es geht, aber der war nicht im Rennen-Modus. Boah, es könnte vielleicht gerade... Ich würde gerne mal wissen, ob's geht. Wenn man... Man kann halt vom linken aus anfangen zu laufen, dann geht's. Ich glaube, wenn man wirklich ganz spät abspringt, kann's auch mit einem funktionieren. Krass, interessant. Echt interessant. Vielleicht muss man was wie bei Prince of Persia machen. Erstmal nach links loslaufen, dann drehen und dann mit dem Schwung. Nee, ich glaube nicht. Der hat dann erst den Schwung, ja. Aber das schafft man nicht auf dem kleinen Stück. Naja, bei Pop musste man es tatsächlich manchmal machen, dass man quasi auf der Stelle wendete und dann mit dem Anlauf sprang. Aber ob der Mario sowas kann? Ich glaube, das kann nur der Prince. War hier nicht auch noch irgendwas versteckt, Ori? Apropos Prince. Ähm, wie bitte? War hier nicht auch noch was versteckt? Das weiß ich nicht. Habe ich auch schon überlegt. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ich glaube, Prince of Persia habe ich hier auch noch als Original-Cartridge irgendwo liegen. Für SNES. Das wäre vielleicht auch noch was, was man machen könnte. So in Anlehnung an das Retro-Zock, das wir schon gemacht haben auf dem alten Mac. Oh Mann, ja. Oh, das könnte man echt machen. Ja, die Zeit läuft, ich weiß. Aber, wow. Wenn diese Aufnahme hier gut ankommt, dann fühle ich mich motiviert, mehr Retro-Zocks auf der alten Konsole zu machen. Oh. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Gott, und früher hat man das ohne Save-States gespielt. Unglaublich. Das geht gar nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Mit viel, viel Übung, Ori. Oh, guck mal da im Hintergrund. Du hast jetzt schon die Mauern? Im Hintergrund sieht man jetzt schon, ja. Ach doch, stimmt. Ach, die kommen hier. Alles klar. Nee, gut. Ach, die sehen ja lustig aus. Ist ja geil. Da erinnere ich mich überhaupt nicht dran, dass es da so aussah. Ja, gut. Gut, ich meine jetzt die letzten Level, die werde ich auch nicht oft gesehen haben. Damals. Das ist richtig. Wobei, man kommt sich ganz gut hinworfen. Man konnte, glaube ich, von 1 nach 4 nach 7 gehen. Das wollten wir jetzt ja vermeiden, wie gesagt. Aber kann man natürlich machen, ja. Ha, beide erledigt. Dann nehme ich mal die Zeit und schaue mal, ob ich hier eine Feuerblume... Ja. Eine Feuerblume finde. Was war das denn, Mann? Oh, shit. Na komm, ich versuch's mal so. Oh, die stehen auch einfach so rum jetzt, die Hammerbrüder. Die stehen rum. Ja, also... Nicht nur auf ihren zwei Balken, sondern... Ach so, ja, ja. Ist mir... Ja, ist mir eben negativ aufgefallen, um's mal nett auszudrücken. Oh, Feuerblume. Oh, hier waren ja diese versteckten Blöcke in den Wänden, ne? Ah, hier, guck mal. Oh. Ah, jetzt hab ich zu lange gebraucht. Ja, 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 ich... Ich kann's mir vorstellen. Ja, boah. Stimmt, da waren versteckte Blöcke in den Wänden. Sicherlich sind die ja auch irgendwo... Bei mir ist jetzt natürlich... Ach, das ist ja schon die... Okay, alles gut. Bei mir ist das jetzt natürlich der Fall, dass ich sowieso so einen Parallax-Effekt drin hab, dass der Hintergrund überhaupt nicht korrespondiert mit meinem Vordergrund, ne? Ah. Okay. Aber sicherlich sind hier auch irgendwo die versteckten Blöcke, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sind die halt komplett unsichtbar einfach. Und tauren erst dann auf? Wahrscheinlich, ja. Oder alternativ... Alternativ, warte mal. Ich muss da wieder mal hinkommen. Nein! Oh, der ist Kerl. Ich mach's noch mal. Hier einfach mal... Ach, wenn's irgendwann nicht mehr läuft... Dann läuft's einfach nicht. Ja. Wie gesagt. Einmal tief durchatmen. Ich hatte da zum Glück die Feuerblume und könnte mich da ganz gut durchkämpfen. Hier kann man halt Glück haben oder nicht. Jedes Mal! Okay, pass auf. Ähm, nee, jetzt geht der nach unten. Hier, wir nehmen uns einfach mal Zeit. Jetzt sind die gerade unten, dann geh ich halt oben lang. Das waren immer so die Angstgegner hier in dem Spiel. Oh mein Gott, ich hab genau im Flug ein Safe-Dings gemacht. Egal, ich hab's hier. Diese Hammer, Brüder. Es gibt auch eine Safe-State-Revert-Funktion. Hab ich auch gesehen. Stimmt, das ist nicht unpraktisch, ey. Wenn man mal richtig verkackt hat. Sicherlich... Ach, sag mal. Sicherlich hat das ein Entwickler gemacht, dem eben sowas passiert. Diesen Block wollte ich dir zeigen. Hier ist halt irgendwie so ein Block im Mix, aber... Ach, das kann da sein. Ja, das war... War das zwar doch... Ja doch, das war der. Wahrscheinlich sieht er bei dir einfach genauso aus wie die Wand. Wie der Hintergrund, genau. Hier aber halt nicht. So, komm, ich speichere mal, aber das sag ich euch. Das ist die finale Treppe. Ja, ja, ja. Die ist übel, ne? Ich hab mir fast gedacht, aber es geht. Es geht. So, und jetzt kommt der große Showdown. Und das wird jetzt richtig schlimm. Hier hast du jetzt auch wieder Wasser. Oh. Hier hast du alles. Haben wir Wasser und Lava und dadurch haben wir Obsidian. Oh, und bei mir gewittert's hier. Krass. Oh, krass. Nee, das ist jetzt hier vom Feeling her, wie bei allen anderen Schlössern auch. Das ist ja... Die Melodie, das ist... Ist das nicht auch aus Pommayo World? Gab's da nicht auch diese Melodie und auch diese Grafik? Kommt mir grad so bekannt vor. Und sogar das Gewitter. Oh. Das ist wie das Finale von... Das Finale weiß ich nicht, aber die späteren Level von World. Na, ist ja krass. Okay, cool. Ein Tipp. Mach keinen Safe State mittendrin. Behalte den Anfangs-State. Mh. Weil... Muss man sich jetzt hier irgendwie... Ich meine, wir machen ein Safe State, wenn du wirklich vor Bowser stehst. Okay. Weil hier musst du den Weg finden und der ist nicht einfach. Ja. Oh je. Muss man durch die Röre? Auch, ja. Ich geh mal runter in die Röhre. Mal gucken. Mal gucken, ob's hier wieder Bing macht oder sowas. Wenn ich den richtigen... Auf dem richtigen Weg bin. Also das erste war's... Das war's offenbar nicht. Die erste Röhre, weil da komm ich wieder zum Anfang. Ob das jetzt das Richtige war. So, dann haben wir hier eine Röhre. Jetzt komm ich weiter. Ähm. Kann da aber nicht runter. Wo wir jetzt hier sind. Ich glaub mal weiter. Mal gucken, was da kommt. Und... Aha. Lava. Oh, schon da gibt's sogar die in der Luft. Diese Röhre. Ah. Wäre wahrscheinlich eher gewesen. Bin jetzt wieder irgendwie zurückversetzt worden, wie's aussieht. Na. Na, es macht... Död. Es hat Död gemacht. Hier runter ist wahrscheinlich nichts, ne? Jetzt muss ich mal genau lauschen, wann's Ding macht. Das Ganze am Anfang wieder. Aber in die Röhre rein. Die Röhre, wo die Goombas danach kommen, da geht man rein. Muss man hier drüber? Ich weiß es nicht. Nee, warte mal. Nach den Goombas kommt Lava. Man fährt mit diesem... Mit dieser kleinen Planke rüber. Und geht in die Röhre, die nächste. Ich fahr mit der Planke rüber, genau. Dann gehst du in die nächste Röhre. Ja. Ja, kann ich. So. Erstmal vorsichtig weiter. Nein! Feuerblume verloren. Hm. Vorsichtig weiter. Hm. Ich geh mal hier vor der Lava. Nee, da kommt man nicht rein. Ach, da oben. Man hat bestimmt da oben reingemusst. Shit. Nee, da kommt man gar nicht. Nee. Ach, außer es gibt hier unsichtbare Blöcke. Ja, gibt es. Oh man, echt? Also, du sagst nach der Lava in die Röhre? Ja. Äh, das könnte es sein. Ja. Oh, da fliegen Fische. Ach, krass. So, aber hier bin ich mir nicht sicher, ob man dann hier rüber muss. Zeit läuft auch gleich ab. Das wird noch ein Versuch werden. Ja, nee, jetzt werde ich zurückversetzt. Das ist... Oder? Nee, doch. Was ist das? Ich geh mal in die dritte Röhre rein. Nee, da kommt wieder weiter zu... Man muss irgendwo noch durchs Wasser schwimmen, das weiß ich. Aber jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Hm, Wasserschwimmen. Wenn ich dann beim Wasser wäre, mit einigermaßen Zeit, dann könnte man vielleicht sogar eine Speicherung machen. Weil dann ist man doch irgendwie weitergekommen, oder? Ja. Vermute ich mal. Ähm, nach der Lava durch die Röhre, waren dort dann unsichtbare Blöcke? Ja, ich sag mal, um hochzukommen, als Steighilfe. Ah, okay. Siehst du dann schon. Ja. Oha. Warum immer der Mann? Ah. Bzzz. Entschuldigung. Also, danach in die Röhre. So. Jetzt komme ich zu diesen Käfern, die man nicht abschießen kann. Ja. Den man sich nicht anlegen sollte. Genau. Dann gehe ich weiter. Schildkröte besiegen. Über die Lava. Schildkröte besiegen. Und hier ist nämlich dann ein unsichtbarer Block, mit dem man hochkommt. Zu der Röhre. Hat es Dirt gemacht? Hat es hier Dirt gemacht? Oder habe ich mir das eingebildet? Habe ich mir das eingebildet? Wir müssen uns das nochmal anhören. Wow, du blöder Fisch. Kommt man hier rein? Fische habe ich noch gar nicht gesehen. So, pass auf. Oh, oh, oh. Wir lauschen nochmal. Das war ja falsch, glaube ich. Ich lausche nochmal. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. So, Steighilfe. Genau. Das ist das. Ich höpfe hoch. Ah. Aha. Sieht mir aber auch nach einem Abschnitt aus, wo man schon mal gewesen sein könnte. Ah, Fische. Okay. Ja. Und da, glaube ich, muss man wieder in irgendeine Röhre rein. Aber ich weiß nicht, in welche. Boah, gute Frage. Ich probiere mal die nach der Lava. Oh, da war ein Bowser-Symbol. Oh, ich bin im Wasser. Oh, ich bin im Wasser. Nach der Lava in die Röhre. Alles klar. In dem Abschnitt mit den Fischen. Oh mein Gott. Ich werde hier sowas von sterben. Oh, shit. So. Okay. Okay. Wie kann denn das Feuer hier existieren? Das ist, das ist fehlerhaft. Das muss ein Bug sein. Hier, das Bowser-Symbol. Und sowas habe ich ja nicht hier, solche Bowser-Symbole. Ja, das sind Hammerbrüder auch noch. Ich glaube, ich mache gleich eine Speicherung da. Ja. Wenn ich durchs Wasser bin oder so. Genau, wenn du eine gute Zeit hast, dann kannst du es machen. Jetzt müsste ich ja eigentlich, uah, direkt sterben beim ersten Sprung. Jetzt müsste ich es ja eigentlich finden. Aber dann würde es dafür sprechen, dass man einfach immer nach der Lava quasi ins Röhrchen. muss, in die Röhre gucken muss. Hier einmal so. Ja gut, geht so. Und das eine Mal halt mit der Steighilfe und so. Weißt du was? Ich mache auch mal einen Safe State und weiter. Ja, wobei doch, hier ist wieder Lava. Ja, ja. Man muss immer nach der Lava einfach. Was? Ist das der Trick, ja? Ja. So aus. So. Dann gehen wir hier rein. Noch 300 Zeiteinheiten. Ähm, genau. Weiter, weiter. Hier wieder Lava. Blöde Qualle. Hinein. Ja, sie entfernt sich. Mal hier mal einen Safe State. Okay. Ja, nice. Also. Ja, nice. Bist du dann nach nur weitergelaufen einfach? Nach was? Okay, ich bin beim Bowser. Okay. Da war ich noch nicht weit genug. Aktuellen Speichern. Okay, Leute. Und ich habe eine Feuerblume am Start. Alter. Wie läuft's? Ich habe ihn besiegt. Gut. Aber nicht mit der Feuerblume, die hat er mir abgenommen. Ah, okay. Aber ich bin durch. Und ich habe die Prinzessin gerettet. Ja. Als ein kleiner Wicht, aber ich habe es geschafft. Der kleine Wicht, der du bist. Ich bin gestorben. Moment, ich muss mal kurz. Ich habe hier aber einen Safe State. Das ist gut. Und kann ich den? Ist egal. Ne, ist nicht egal. Einen Augenblick. Ja, wie habe ich denn das gemacht? Speichere ich mal. Ah, okay. Gib ihm. Nein. Ah, vielleicht läufst du drunter durch. Vielleicht mal probieren. Oder so. Ja, das ist geschafft. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, das gucken wir uns ja auch mal an. Ach, guck mal, wie unterschiedlich das aussieht. Na gut. Ich wurde groß gemacht. Ach. Ich habe meinen Viagra genommen. Oh. Ach, guck mal, wie schön. Ah. Yeah. Nett, nett. Und auch andere Texte. Now try a more difficult quest. Push-Button B to select a world steht bei dir. Aha, interessant. Müssen wir gleich mal aus. Ja. Okay, cool. Ich werde mal hier ein Safe State machen von der Situation. Okay. Mach ich auch mal. So. Soll ich mal Start drücken? Mach mal. Es müsste jetzt eigentlich das... Continue. Eigentlich die schwierere Version losgehen mit dem Stern. Genau. Jetzt sind nämlich alle Goombas... Sollte Käfer. Das ist das, was ich meinte. Genau. Wenn ich nur auf den Namen dieser Käfer käme. Ich wusste das doch mal. Ich weiß nicht, ob ich das mal wusste. Kommt mir nicht bekannt vor. Jetzt kann man halt auch nicht, ne? Ja, gut. Sieht man jetzt nicht. Hier, genau. Nicht abschießen. Wie sehen die Pflanzen jetzt eigentlich aus? Sieht man die irgendwo? Wo sind denn welche? Na, jetzt ab jetzt nicht mehr. Also die siehst du dann erst wieder im nächsten Level. Wow. Alter. Gab's die... Ach, die laufen auch schneller alle, ne? Ja. Die laufen alle schneller jetzt. Kommt mir so vor, durchaus. Gab's hier noch gar keine Pflanzen? Echt? Ja, lustig. Erst ab dem zweiten Level. Aha. Dann kommen die nämlich aus den Röhren raus. Ich würde gerne mal sehen, ob die anders aussehen, weißt du? Ich glaube nicht. Ich würde das erste Level hier halt mal beenden. Kannst du mal probieren. Aber auch dann musst du noch ein bisschen durchspielen, bis du dann zu den... Ach so, ach, die zweite Welt sogar. Nee, nee, nicht zweite Welt. Aber du musst dann ein bisschen durchgehen, bis dann die Röhren kommen. Das ist ja eine Weile. Derweil kann ich ja mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt hier... Mach das mal. Also, B drücken, um eine Welt zu selektieren. Ist ja interessant. Aber... Ich kann nichts aussehen. Ich kann einfach das Spiel starten, klar. To select a world. Hast du auch sicher B gedrückt? Wahrscheinlich hatte man da keine Wahl, oder? Ich hab B gedrückt. Das ist schon korrekt. Und wenn du jetzt startest, ist dann auch anders, oder? Ach so, dann starte ich hinter dem Schloss. Ach was. Dann starte ich hinter dem Schloss und... Hä? Ich hab was komplett anderes. Ich bin jetzt... Wie hab ich denn die 4-1 bekommen jetzt? 4-1? Fett. Ich lade mal den Save-State. Ja? Und drück mal einfach den Start, ohne was zu... Ohne was... Ach so, dann kann ich... Ich geh hier derweil mal ein bisschen... Oh, da ist ein 1-Up. Ich kann auch keine andere Taste drücken, um weiterzumachen. Also ich kann halt, ähm... Weder Select noch Start. Start pausiert. A bringt nichts. Ich muss B drücken, so. Aber hier drin... Das war ja blöd. Ach so. Ich geh mal in die Warp Zone. Was soll's? Ich versteh's. Okay, ich kann oben... Ja? Da oben kann ich umschalten in die Welt. Ah! Das ist ja geil. Oh Mann, da muss man erst mal drauf kommen. Das ist ja geil. Das war's. Ich geh auch mal in die 4. Und ich konnte da jetzt nichts selektieren, oder was? Das ist ja interessant. Und wenn du da reingehst, in eine Welt, ist die dann anders? Oder ist die so wie... wie gehabt? Aber du kannst halt eine Welt auswählen. Ich kann eine Welt auswählen, die müsste aber schwer sein. Moment. Ich wollte nur kurz speichern. Genau. Mit der Level-Auswahl finde ich eigentlich ganz geil. Das war mir... Also das war mir gar nicht mehr bewusst, dass man was auswählen konnte. Wahrscheinlich hab ich das früher auch nicht gecheckt. Könnte ich mir vorstellen. Schön ist ja, dass du jetzt auch den Save-State dort hast. Du kannst mal probieren, ob das bei dir auch geht. Ich starte jetzt mal. Ja, ich hab ihn ehrlich gesagt gerade überschrieben. Aber ich könnte vielleicht resetten auf einen älteren. Soll ich das mal ausprobieren? Also, ich hab auch die schwere Version jetzt. Pass auf. Hier, Undo... Undo Save-State. Ich probier's mal. Restored Old Save-State. Ich lade. Ja, dann bin ich wieder hier. Sehr gut. Emulator... Emulator sei Dank. Sehr schön. Aber nee, ich kann... Ich kann nix machen. Ich kann nur... Tja, da haben wir schon Unterschiede entdeckt, ne? Kann nur Start drücken. Boah, Alter. Oh, krass. Interessant, interessant, interessant. Na gut. Aber ich glaube, wir brauchen das nicht nochmal durchspielen. Nee, ich glaube, das ist nicht notwendig. Nee, ist okay. Gut. Ich glaube, wir haben alles gezeigt, was wir zeigen wollten von diesem Teil. Ich gehe mal davon aus, dass wir früher oder später auch noch was anderes spielen werden. Von mir aus sehr gerne. Für diese Reihe. Ich fand's sehr cool, aber ich denke, dass die anderen Teile deutlich länger sind. Ich hab mal auf How Long to Beat geguckt für die drei Teile. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel da stand, aber Super Mario Bros. 3 ist deutlich länger. Irgendwie acht Stunden oder so waren da angezeigt. Ja, und in Ortszeit sind das ja nochmal anderthalb, äh, Faktor 1. Anderthalb Tage mehr, das ist richtig. Ähm, ähm, beim Teil 2 von Super Mario stand auch nicht wesentlich länger, eine wesentlich längere Zeit als Teil 1. Also, wie ist offenbar nicht so lang? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du das Speedruns, okay, aber... Keine Ahnung. Es gibt da ja auch gewisse Secrets und so weiter. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau, wir wollen ja nicht spoilern, dieses nagelneue Spiel, das noch nie jemand gesehen hat. Ja, gut. Aber ich glaube, was Teil 1 angeht, sind wir erstmal durch und bedanken uns. Wir bedanken uns, ich kann nicht mehr reden, recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und vielleicht sieht man sich ja in einem anderen Teil wieder oder einem anderen Let's Play. Mal gucken. Vielen Dank und bis dann. Macht es gut und tschüss.